Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Wir machen uns unseren Meriveter Raubüberfall. Wir sind mit dem Hubschrauber gerade von unserem Flughafen her geflogen, weil wir gerade den Cargobob geklaut haben. So, wir schalten mal besser um. Ein bisschen eine andere Sicht machen, dass wir hier besser landen können. Ich kann eine tolle Draufsicht machen bei dem Hubschrauber. Ganz praktisch. So. Auf dem Dach will ich jetzt nicht unbedingt landen. So, dann parken wir da vorne vielleicht mal einfach unseren Hubschrauber auf der Kreuzung vor unserem Haus. Wo Floyds Wohnung. So, ganz sachte. Ja, schrei doch nicht so rum, ist schon so ein Hubschrauber. So. Einwandfrei. Äh, aussteigen. Danke. So. Puh. Dann machen wir doch mal unseren Meriveter Raubüberfall jetzt. So. Mal gucken, ob die anderen schon da sind. Obwohl wir noch irgendwas erledigen müssen. Wade! Floyd! Eine dieser Sch*** muss hier sein. Hallo Trevor. Ich habe dich gefeiert. Hallo Wade. Ich habe dich auch. Hallo Trevor. Oh, da. Hey Hotlips, wo hast du hiding? Oh, nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little, uh, loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker! Good, good. Trevor's hard at work, huh? Oh, where's the surrogate child? Who? The boy! The stars in his eyes. Not like that. What's not like that? And, uh, have me arrested. Ha, 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 ha. Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd! All right? Now, Floyd's got... Not the fuck! Get out of here! All right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether's security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems. No major heat. Mm, let's get going, all right? Let's take our slightly past-ed vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. Hey, hey, let's do this, you fucks! Sandy Shores airfield, bro. So, ich weirbe auch noch. Gut, fahren wir mal zum Flugplatz. Sandy Shores, that's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize, we just going all the way out there either. I've been told your generation are workshy. Repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, uh, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP, Inc., okay? So we got to make the trip. TP, Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP, Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor. It's a business. This, Michael, an honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to, we're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The lost motorcycle club. Ha, 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 ha. Yeah, you're a serious businessman team. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his thirties. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude. We helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, 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 no. Hey, look, hey. Hey, God. Oh, just let's calm down. All right. We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, yeah, yeah. All right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine vet. Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good, 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 good. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper there, Phil. You're both getting into it. Michael's flying. It's gonna take off, pick up the submarine with me in it, and fly it out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been tested. I'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo, the tests are being run by Merriweather Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coins. Whoa, 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 whoa. There's easier ways. This sounds extreme, T, even for you. Can't we rethink? I mean, how deep are you into it? How deep? I've got a sub. I've got a big helicopter. I've been researching this since I got to L.S. Those guys, Wade and his cousin Floyd, are expecting a paycheck. Same with my intel guy, Ron Joukowski. Who is a damn sight better than Lester, I might add? Okay, fine. Fine, I'll go along with it. Listen, Frank, if you want out, I understand. No, 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 I'm good. I can do with a paycheck. That's the spirit. Hmm, so. Da sind wir auch schon da. Unser U-Bot steht schon da. Gut. Und der Hubschrauber auch. And here's my submarine. Floyd, wait. Stand by the hangar. I guess this is our chopper. So, wir steigen in den Cargobob und nehmen Frank mit und hängen dann unten das U-Bot dran. Haken E. Gut. So. There's a rig attached to your chopper. Hover low over the submarine and they'll connect. Fly low over the submarine and it'll hook up. Okay. Concentration. Imagine what this would be like if you hadn't taken those flying lessons. Connection is good, okay. I need to be dropped a couple of clicks west of Paleto Cove. Puhuhuhuhuhuhuhu. Flieg zum Testgebiet. Travers, you got to copy. Ja, ich habe es aus der Militär Basis. Und da ist all das Militär hardware in der Branche. Guns und was nicht. Mhm, wenn das Ding getrennt wird, dann kommt es in die Hand. Hey, ich dachte, es war nicht getrennt. Du hast gesagt, keine große Wärme. Ich glaube, es ist ein Wärme, Michael. Auch wenn du nicht erwartet Wärme, du vorbereitet für ihn. Das ist die Code. Das ist warum ich nicht aufhören. Nicht mehr. Ich bin aus dem Spiel, man. Was ich machen? Oh wirklich? Du hast nicht aufhören? Nein, nicht mehr. Was sagst du, Franklin? Ich sagst du, das ist ein Gespräch zwischen dir zwei. So, das war nicht ihr, dann, bei der Rockford-Hills-Jewel-Store? Hey, das ist gerade in der Nähe von meinem Haus, Tee. Ich könnte da sein, da zu kaufen, für Amanda. Ich war sicher nicht robben. Oh, okay, oh, mein Fehler. Mein Fehler. Es war ein ziemlich hartes Job, doch. Ich meine, die Planung war da. Sie fiel in, richtig? Sie fiel aus, ich meine, es gab ein paar Probleme, aber sie haben ihre Hände, richtig? Ja, ja, ja. Und es ausfügt. Okay, okay. Es war uns. Natürlich war es uns. Any anderen Kläuern wären in Bullingbrook, jetzt. Nein, es gab ein paar Weak-Points. Ich meine, wer die Cheesy-Line zu den Parking-Günen? Dieser Mann? Amateur! Ja, zeig uns, wie es dann ist, Tee. Wenn du so ein Professioneller bist, dieser Job wird groß! Oh, es wird sicher! Ja, ich will! Michael und Trevor schreiten sich immer noch. Trevor hat natürlich gleich herausgefunden, dass Michael und Frank hinter dem Überfall auf den Juwelier verantwortlich sind. So, da vorne ist schon irgendwas im Wasser. Muss ich da hin? Setzt das Tauchboot beim Testgebiet ab? Ich hoffe, sie haben nichts zu tun mit unseren Dingen. Hey! Oh, ja! Okay. Trackify-App. Okay. Kann ich hier durch das Zeug durch eigentlich? Ich hoffe es mal. Okay. Ich sage links um abzusteigen und shift um aufzusteigen. Gut. Okay, mal gucken, ob was schief geht. Wir hoffen es natürlich nicht. Oh! Oh! Hey! Wie geht's da unten? Ich schaue in die Abyss und mag es, Michael! Oh, oh, oh! Sieht cool aus. Sieht da unten am Meeresboden eigentlich. Sieht nur so aus, als das Licht. Das ist auf einmal so eine riesen Schlucht hier vor mir. Okay, ich bin jetzt gleich auf dem Punkt. Ah! Guck mal! Da unten sind irgendwelche Lichtlein. Oh, und Hi! So wie es aussieht. Oh, das knarzt aber ziemlich. Boah, sieht das geil aus. How deep are you, Tee? Can that thing handle a little pressure? It's safer at the bottom of the ocean than it is strapped to the helicopter you're flying. Mmh. Hier ist es! Es wurde zu den Seamänen. Ich will sehen, ob ich es entfernen kann. Ich schaue das Tauchboot zum Gerät, um es aufzunehmen. Ich gebe dich zum Gerät. So, mal die Ansicht ein bisschen. Ich weiß nicht, wie kann ich das aufnehmen? Kann ich das unten ran machen, das Ding, oder was? Okay. Ganz langsam vorwärts. Hm. Was soll das denn sein? Oh! Oh, zur Oberfläche? Was muss doch jetzt kommen? Hey Mann, so, äh, got the thing? What is it? Well, we know what it is, when we can run some tests. Well, what it look like. What you think it is? Ah, best guess, it was hooked into the rock, maybe on a fault line. So, could be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis. Or, no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? Yeah, the good kind of nuclear. And is this what your bar was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Yeah, so'n Ding dürfte einiges wert sein. Eigentlich Milliarden im echten Leben, würde ich mal sagen. Nämlich so'n Fusionsreaktor mit Seewasser angetrieben. Let's go, Tee! We're waiting on ya! We're waiting on ya! We're waiting on ya! We're waiting on ya! Let's go! So, ganz vorsichtig, bevor wir hier im Wasser landen. Irgendwas muss noch passieren. Ich seh's kommen. Oh. So, vorsichtig. All right, come and get me! Yeah. Bisschen blöd mit dem Wasser hier, weil es so, weil es so schwankt. You got me! Now come on! Let's go back to the airfield! So, wir fliegen zurück. Wir hoffen mal, dass wir nicht verfolgt werden oder sonst was passiert. Push the stick, Michael! We gotta move! Because I found this thing using an app on my phone, which means the private army guarding it can find it pretty easy too. And here they are! Murder! Two other boats coming at speed. Franklin! Grab one of those guns and get those guys off our ass! Yeah! Wir haben irgendein Kaliber 50, so wie es aussieht. Wir wechseln die Seiten. Helikopter auf der right, mit ein paar mehr Bubs! Keep it up, while I'm doing this! And they come! Shit! Incoming! Oh, was hast du gesagt? Four choppers kommen at us! Fliegt auf die anderen Seite. Auf die andere Seite rüber. Wechseln. So, wieder wechseln. Mal rüber. Von den Piloten abschießen und schon ist es vorbei. Tschüssi! Oh! Holy fuck! So, ich schwul doch Kaliber 50, was wir da haben. So, wir switchen nach rechts schnell. Ah, hier ist noch eine! Hey, ich denke, das ist alles für heute. Okay! Mike! Keep on going in the airstrip! Okay. Wir wechseln wir trotzdem. Mike! Fliegen weiter. Auf den Flugplatz. Na ja, klar, das sind nur auftauchende Typen. Was war das, Tee? Ich hab' dir gesagt! Das war Meriwether! Die Chopper? Und das sind normale private Sicherheitsgeräte! Ja, du bist richtig! Ich habe es auf guter Autorität, dass sie eigentlich eine Lizard-Armee haben, die menschliche Formen durch die Bedingung der neuen Weltordnung. Ich hoffe, dass du das Ding schnell fliegen kannst. Weil ich will nicht diese Reptile-Buddies von dir wieder sehen. Naja, war ein bisschen unheimlich da unten, aber es ist echt cool, dass man da mit so einem U-Boot runtertauchen kann, was man da alles noch entdecken kann, wenn man es überlegt. Das ist ja, ähm, bei uns im Real Life ist das so, dass der Meeresboden weniger erforscht ist als das Universum. Muss man sich mal überlegen, dass wir unsere eigene Erde nicht mal so gut erforscht haben, weil eben 70% der Oberfläche der Erde mit Wasser überdeckt sind. Und, ähm, es gibt ziemlich viel Tiefsee. Ich glaube, Tiefsee ist ab zweieinhalb Kilometer oder so. Und, ähm, ja, unsere Ozeane sind eben so riesig und du kannst ja nicht mal kurz alles irgendwie scannen oder kurz abgehen oder so. Kannst ja wieder einfach drüberfliegen mit dem Flieger und alles sehen, wie, ähm, bei der Oberfläche eben. Oh. Jaaa. So, jetzt muss man vorsichtig sein, bevor da irgendein Scheiß passiert. Aber es ist echt cool, dass man hier noch tauchen kann mit so einem U-Boot. Das macht die Welt nochmal um einiges größer. So. Wir setzen das Tauchboot ab, wenn es funktioniert. Da ist etwas langsam runter. Ja, das wird schon. Und dann kommt so ein Hangar. Da will ich nicht unbedingt dagegen knallen. Da unten wartet schon jemand. Ich sehe aus wie Läster. So. Einwandfrei. Funktioniert. I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back and drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay. All right. And on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score. Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello! Me too! You won't be betting on the outside! It won't be we haven't even looked at it. so eine super war für zu klauen ausgeführt wir erweitern haben wir noch silber geld 20 millionen kosten für leerverkauf 20 millionen wir haben kein geld bekommen super bergungs profi ein bisschen zu lange gebraucht missionszeit war ein bisschen zu lang wahrscheinlich immer 120 minuten schlafen müssen schwer war ich voll beschickert haben wir ab mit söldnern schnell weg hier aber auch gut gemacht super das war eine aufregung aber es war jetzt natürlich im endeffekt wieder ein fehler hat eine superwaffe geklaut die für chinesen vorgesehen wird sind irgendwie sowas habe ich jetzt mitbekommen habe ich nicht ganz kapiert was was jetzt genau der fall ist was es jetzt genau ist haben sie nicht genau gesagt ob es irgendwie was es für eine waffe ist eine neutronenbombe oder sonst was vielleicht finden wir das noch raus weiß es gar nicht mehr schon so lange her dass ich es gesehen habe auf jeden fall schöne map map schöne map ja genau schöne map schöner auftrag war das ein bisschen spaß gehabt fliegen und tauchen also schon richtig geil was in dem spiel alles möglich ist macht mega spaß auf jeden fall sehen wir uns dann hoffentlich gleich wieder in der nächsten episode sehen wir weiter was noch passiert bleibt mich ganz herzlich fürs zusehen bis gleich tschüss